So Leute, willkommen zurück zum Let's Play Pokémon die Feuerrote Edition Nasalock Challenge. Ich bin Claude von DeliveryLP und im letzten Part haben wir endlich den Türöffner gefunden. Nachdem wir eine ganze Ecke mal vorbeigelaufen sind. Ja, und auch den vierten Dortner haben wir getroffen. Genau. Ja, damit ist unser Leben komplett. Unsere Sammlung ist vollständig. Genau. Und ja, ihr habt schon gehört, der Strock ist auch wieder am Start. Ja, natürlich. Und ich habe ein bisschen was auf meinem Team bearbeitet. Und Florian ist raus für Captain Falcon und Foxy wird vom Menschlo abgelöst. Ich denke nicht, dass die beiden hier zu krass leveln werden, dass sie über die Level Cap gehen. Nein, wir sind ja da fast fertig. Leben. So, auf der Interaktion war fertig, gehen wir jetzt auf die nächste. Korrekt. Bingo, die Türöffner, die Tür entriegelt. Warum arbeitet bei der Civco eigentlich nur... Ja, okay, das ist ein Mann. Okay, der sah nur aus wie eine Frau. Ein Eindring, ihr mischt das Team Rocket auf. Das bist du, oder? Ja, nein. Hier muss noch einer sein. Ja. Dann musst du gehen den ganzen Wänden. Keine Ahnung. Aber ich habe die nächste immer noch. Das liegt also nicht da dran. Ja, hier waren wir schon überall. Ja. Bist du, der Eindruck, dass ich noch schlimmer ist? Ja. Jetzt ist es auch... Jetzt sieht das aus wie bei mir. Ich freue mich echt, was da... Das Problem gerade ist. KP Plus. Schlecht, würde ich direkt geben. Und ich Spezial. Ich kann generell mal die ganzen Items hier verballern. Ja. Davon habe ich recht viele Inits. Richtig Mental Low. Spezialverteidigung. Auch Mental Low. KP Plus für Mr. Tom. Calcium für Mental Low. Mental Low auf jeden Fall. Das ist mein Special Sweeper. Angriff für Mr. Tom. Das ist ein Pokémon, bei dem ich hoffe, dass die bis zum Ende drin bleiben. Was ist denn für Mr. Tom? Nein, Klotz. Mr. Tom hat keine hohe Verteidigung. Lohnt sich nicht. Hm, ich glaube, das war unser. Ja. Dann sind wir hier auch fertig, ne? Keine Ahnung. Dann die Sechste. Ups. Der ist gut, der ist gut. Es wäre fatal, wenn das Team Rocket die Silve Corporation oder unsere Pokémon übernehmen würde. Das Team Rocket sind ja die Meisterball, ja? Mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Sweet. Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Ja, doch. Die hat ja eine ziemlich tiefe Stimme für eine Frau. Die raucht bestimmt viel. Mach's ein. Protzer. Schick, schick. Den haben wir schon besiegt, ne? Ja. Ja. Ähm. Dürfen wir die meisten beiden eigentlich benutzen? Pff, klar. Gut, steht in keiner Regel. Falls man irgendwie ein cooles Roten Pokémon kommt, was man unbedingt haben will. Mhm. Ich würde sehr gerne in den letzten Fahrizone einsetzen. Sehr geil. Ob die Silve Cooperation schon erlegt ist. Die waren wir auch schon, ne? Also in dem Raum jetzt speziell. Oh, die müssen Sie sich Musik, Alter. Boah. Die Musik kommt auch irgendwie voll schnell vor die ganze Zeit. Ist die immer so schnell? Ja, ja. Das ist die normale Musik. Die Musik kommt auch in den letzten Fahrizone. Du, 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 du. Du, 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 du. Hier haben wir Bauch schon, ne? Ja. Ja. Mhm. Keine Ahnung, ob das nötig war, aber einfach mal machen. Ich weiß gegen den, aber noch nicht gekämpft habe. Ich will jetzt erst noch die beiden Stockwerke abklappern. Ja, ich weiß, weil da geht es auch weiter. Eben. Mit dem Teleporter. Mit dem Teleprompter. Teleprompter. Hilfe, ich habe Angst. Die ganzen Silve-Comit-Arbeiter sind ganz schön nervig, weil die nichts zu sagen haben, außer Hilfe, Mama, bitte. Ja, genau. Und im 10. war auch nichts mehr, ne? Nee, 10. war Sakasa. Ja. Das heißt, jetzt kommt dieser Teleporter da hin. Der Teleprompter. Und, äh, was habe ich denn vorne jetzt? Mr. Tom? Mr. Tom macht das schon. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Ja, das sind meine Freunde. Best friends forever. Tromato. Hey, der gute Tromato. Die Tromato. Bodyslam. Wenn er relaxter Bodyslam macht, muss ich ihm auch an die Szene aus Space Jam denken. Wo der eine von den Außerirdischen sich auf den Dicken da geworfen hat. Und er dann so eine, so eine, so ein Pfannkuchen war. Also, ich muss dir an deine Mama denken. Deine Mutter. Wir müssen ja auch ein bisschen was Lustiges sagen, oder? Ab und zu sollten wir das schon mal tun, ja. Und tot. Perfekt. Und ich glaube, jetzt gleich kommen wir zum Rivalen, ne? Nein. Nein. Nein? Nein. 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 Erst kommen wir, glaube ich, zu Dingens. Zur vierten Etage, meinst du? Hä? Nein. Äh, zweite, ja, das meine ich doch. Ja. Hier ist der Rival, ne? Ja. Was benutzt du denn als erstes? Taubos wahrscheinlich. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er mit dem Feuer-Pokémon anfängt, was er hat. Was hat dich aufgehalten, Cloud? Haha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, dass Tim Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Saffrona City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Da bin ich mal gespannt, was der mir entgegen gesetzt hat und, ja, Taubos, sag ich doch. Dann ist doch, äh, Klotz die ideale Wahl dafür mit dem Steinhagel downreigen. Was macht der nochmal? Keine Ahnung. Innet, äh, Minus. Angriff Minus. Äh, Auskichter Angriff, toll. Egal, es wird trotzdem wehtun. Ha, Volltreffer. Eicht? Ja, Volltreffer. Ja, ja. Ich mag Volltreffer. Volltreffer sind schön. Level 37 für Klotz. Fateswurf, die stärkere Version von Steinhagel. Nee, stimmt gar nicht, das war die, die fünf mal trifft, ne? Genau. Fünf Walzer vielleicht? Ja, würd ich sagen. Walzer's useless. Ja, stimmt jetzt. Einige globaltiche, einfach mal. Ja. Einfach um dich irgendwann damit zu nerven. Einige, dann läuft mir nicht so sehr wie Attacken, die die Genauigkeit senken. Da kommt das Visafloor. Bieter Samen. Kannst du da nicht, ne stimmt gar nicht, kannst du nicht. Was ist der eigentlich für Attacken? Fliegen? Fliegen ist One-Hit. Sollte zumindest. Ja, werd ich zeigen. Also ich hoffe, dass jetzt, äh, ja, Rasierblatt. Easy Petey. Ja. Süß. Ja, meine Angst war jetzt irgendwie, äh, Vergiftung oder so ne Scheiße. Ja, ich weiß nicht, was das Visafloor kann. Hättest auch Stahlflügel machen können. Warum? Ist auch effektiv. Das weiß ich gar nicht. Ist doch Gift. Oh, ich bin Visafloor schon los. Das war mein größtes Scheißangst-Pokémon. Echt? Ja. Visafloor. Lappig. Weil es nicht Erasko heißt. Ha. Oder Wandwell. Garados. Garados. Ja, da brauch ich jetzt ne Elektro-Attacke. Das wäre natürlich ideal. Aber wir versuchen es einfach mit Fliegen weiter. Nix. Ja, Elektro-Attacken hab ich nicht. Ich hab auch keine Eis-Attacke. Ne. Welche denn bitte? Keine Ahnung. Ich würd Stahlflügel ausprobieren. Könnte vielleicht mehr Schaden machen. Stahlflügel meinst du? Also Stahlflügel hab ich, äh, für Stein-Pokémon eigentlich. Ne. Könnte mehr. Das ist nicht so effektiv. Gegen was denn? Nicht gegen Wasser? Das weiß ich nicht. Gegen Flügelstahl, doch nicht ineffektiv. Könntest du mir neulich erzählen. Hier, versuchen wir uns mit Mr. Tom. Mr. Tom. Der sollte das Ding schon richten. Oh, 40 Kp-Schaden auf Mr. Tom. Süß. Woher weiß ich nur, dass es 40 Kp wären? Oh Gott. Was haben die Illuminaren damit zu tun? Und das und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und der Bodyslam sollte das, denk ich mal, gut richten. Oder auch nicht. Oh, Mr. Tom. Moment mal, der ist Mr. Tom. Der ist ein Erdnussriegel. Einen riesigen, fetten Erdnussriegel. Würde ich auch machen. Kann ich verstehen, ja. Zwei hat er noch. Fukar, ach komm schon. Erholung im Schlaffräte. Wollte ich gerade sagen, erst mal sleeptalken. Das versuche ich jetzt auch mal. Weil Mr. Tom ist schon ziemlich angeschlagen. Mhm. Also davor, dass es ziemlich bulky sein sollte. Boah, Bodyshek macht aber auch Schaden, ey. Ja, das ist ganz schön hart. Würde ich sagen, schläf ich die vom Festival Sleeptalk gemacht. Durchbruch. Yay. Ohne mal Schlaffräte. Ja. Das ist eine witzige Fähigkeit, ganz ehrlich. Wenn dann nicht, ähm, kann dann nicht doch eigentlich Erholung kommen? Nein. Okay. Erholung und Schlaffräte können nicht kommen. Schlaffräte, 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 Schlaffräte. Überleg mal, äh, Erholung, Schlaffräte, Schnarcher. Wäre auch irgendwie witzig. Eins hat er noch. Simsala. Da würde ich jetzt vielleicht auswechseln. Le 35, das, äh, macht Garados. Wurde ich gerade sagen, mit dem Biss sollte das eigentlich machbar sein. Vor allem hat Simsala keine Attacke, die gegen Simsala effektiv, äh, gegen, Alter, gegen Garados effektiv ist. Und der Bedroherr, ja, haha. Ja, weil Simsala so viele Angriffe, so viele Angriffe, oh, das ist ein Calm Minder. Das könnte mir nicht gefallen. Wieso? Außer direkte Angriffe. Ja, aber wenn er jetzt gleich was Spezielles raushaut. Ja, aber was will der denn rausholen, dass der dich one-hitted? Weiß ich noch nicht. Psychokinese vielleicht. Das ist sehr effektiv. Nein, da ist der Bulky. Scheiße. Ja, das ist natürlich die schlimmste Attacke, die kommen konnte. Ja. Die könnte dich auch one-hittingen. Die könnte mich Pokémon. Hahaha. Ich geh, ja. Der Schluck fehlt. Ne, weil das jetzt nochmal gemacht wird. Komm, komm. Ja. Da bin ich jetzt einfach voll auf Risiko gegangen und trinken geblieben. Level 98 von Mr. Tom. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Ja, das machen wir auch als nächstes, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, der erste Komplett mit von ihm. Stimmt. Also, Claude, ich ziehe dann weiter. Wenn ich den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen. Dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Claude, und trainiere schön weiter. Ciao. Hahaha, der mächtigste Trainer der Welt. Da darf ich jetzt nur 5 Pokémon bei haben, ne? Da ist ein Labros. Weiblich. Jetzt fragt mich wieder mich nach irgendwelchen Spitznamen. Das ist dein Letztes. Ja, lass mich jetzt mal überlegen. Fällt nicht sein. Ähm. Tö, tö, tö. Fällt keinen Spitznamen gerade ein. Ähm. Finde ich cool. Mach ich. Es heißt Labros und ist sehr intelligent. Ich hab gar nicht vorgelegt, was er gesagt hat. Ich hab gerade auf. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt. Aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du willst Labros sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Haha, Labros. Sweet. Genauso wie jedes Muschass auch. Ja, und vor allem auch jedes Rietzeros. Genau. Voll geil. Noch einmal Pokémon auffrischen und dann geht's weiter. Wie lange nehmen wir auf? War ist das zufällig? Könnte klappen. Die Folge wird ein bisschen länger dann. Mega. Mach weiter. Jetzt noch eine Folge anfangen, nur um den Boss zu besiegen. Ja, das Ding. Ja, gut. Dann musst du ohne meinen Italiano-Achson auskommen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das kann ich nicht machen. Ja, Klotz bleibt vorne. Der wird wahrscheinlich sowieso irgendwelche Gift-Pokémon haben oder irgendwelche Normal-Pokémon. Halt, keinen Schritt weiter. Ratze, Ratze, Radikal, Zubat, Golbat, wenn überhaupt Golbat. Ja. Smogon. Drei Pokémon. Oh, da ist Rüppel. Ey. Oh, eine Tragosso haben wir gar nicht genannt. 32, wow. Wird ein bisschen mit angezogen, wa? 9 sollte reichen, oder? Ja, nee. Wobei, es ist S-Boden, ne? Ha? Ja, gut. Hat normal getroffen. Ja, gut, dann. Er hatte das Knogger, genau. Einer da hatte nämlich einen Knogger. Kein Knogger. Fünf reicht nicht. Auf keinen Fall. Nee. Ist ja nichts. Rasserei. Das hat 1.000 K.P. abgezogen. Was mache ich nur? Offensichtlich Intensität 7. Oh, ey. Oh, nein. Jetzt kommt der Silberblick. Oder Raserei, dann zieht er 2 ab. Oh. Nee, hat er schon einmal Raserei eingesetzt. Raserei wird beim mehrfachen Gebrauch stärker. Es sind uns 3. Knopfbank. Wobei, ach komm, Peanuts. Und da melde ich mein Handy zu Wort, aber das ignorieren wir mal gekonnt. Gekonnt. Musst du wiederholen, was ich sage? Ähm, nicht immer. Okay. Und? Traumatum. Ey, die Traumatums wieder. Intensität hat 30 AP? Krass. Seh ich jetzt erst. Voll die OP-Attacke. Wer mein Glück hat und ständig 7 oder höher kriegt. Ja, gut. Weil alles unter 7 ist, äh, ja. Du kannst es vergessen. Genau. Bitte, verschone mich. Er hat doch angefangen. Du hast angefangen, Arschnase. Arschnase. So. Da hinter dem Buschkön- War, glaube ich, auch noch ein Item. Ich glaube nicht. Schade. Da war es. Oh, Beleber. Oh, Foxy. Das war, ohne Miss Foxy, war mein Lieblings-Pokémon-Team irgendwie. Mr. Tomorchuk. Alles klar, Chuck. Bingo, Tür öffnen, hat die Tür entriegelt. Hallo. Death Rock. Jetzt kommt der Moment, auf den du 5 Parts gewartet hast. Ah, Cloud. Trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. El President. Halt. Halt dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. La Familia. Wie, jetzt sagt ihr euch so, mich rauszuhalten und gebt mir keine Chance, mich rauszuhalten? Hattet ihr da Meister bei der Hand? Das sieht irgendwie so ein bisschen lila aus. Ja gut, du, ja. Ja. Ich scheide da wohl ein bisschen aus mit meiner Farbenblindheit. Ach, Nido-Rilo. Ist das Boden? Nein, ist nur Gift. Scheiße. Nido-King ist erst Boden. Versuchen wir trotzdem einen Surfer. Surfer. Level 37 ist auch schon mal krass, ey. Ja. Na komm. Süß. Ist ja niedlich. Oh, da musst du wieder meinen Nido-Rilo denken. Aber 5 Treffer. Aber ich glaube, Drachwub macht da mehr als der Surfer gerade. Ja, da tut sich eigentlich nicht viel. Ja, da war schon mehr. Ja, aber nicht viel. Das war Nido-Rilo. Was kommt nun? Rihorn. Ha, gut geraten. So, und da können wir den Surfer gut einsetzen. Ja. Das dürfte sogar ein One-Hit sein, glaube ich. Hm, seid ihr noch nicht so sicher. Vielfach effektiv. Bodengestein. Na ja. Aber Rihorn ist extrem bulky. Du bist ein Trinken, 111. Oh mein Gott! Ich glaube, der Drehz rauskriegst du nicht mit einem Surfer weg. Hat er das da schon? Ich glaube schon, ja. So, gegen Kengama werde ich auswechseln. Mein Handy soll sich die Fresse halten. Mr. Tom. Mr. Tom. Mein Roten Schlag auf Doom. Du musst ganz so ohne Energiefokus. Okay, der mir gibt, ich könnte es ein bisschen betonen. Das sage ich ja. Das ist fast do it. Der Megarib ist böse, aber der Durchbruch ist auch böser. Er wird kein do it bei dir. Ja, so schon mal gar nicht. So sowieso nicht. Ja, ich wollte es mal überlegen. Crit. Und dein neues Tragosso ist geboren. Der war böse. Need a Queen hat er? Ich will auch. Bodengift, ne? Ja. Das war's. Alter, was ist denn los hier, Mann? Fuck you. Oh, Mann. Ich habe gerade noch gesagt, dass Mr. Tom so lange drinbleiben, weißt du? Schick Mentolo rein. Das Fies 41. Ja, von mir aus ist es 42. Weißt du jetzt, was ich meine? Da kann mir ein Doppelkick scheißegal sein. Vor allem mit dem Bedroher noch. Ah ja. Nein, nur Doppelkick? Ja, folg mir auch gerade. WTF, nee, du kennst den ganzen Moodpool ever. Ich habe gescavpt. Ja. Gab es die da eigentlich schon, die Scarf Items? Mh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil es gab ja die, äh, die Battlezone. Oh, nee. Ich habe dir gesagt, geh nicht mit so einem Low Level da rein. Chuck wollte ich sowieso auswechseln für Lapras. Von daher, also später irgendwann. Und Giovanni ist erledigt, zum Glück. Wieder verloren. Ich glaube, ich bin 4100. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme der Sylve Co. vereitelt. Aber du hast Team Rocket. Aber das, aber das. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Cloud. Vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Und da verpisst er sich ja schon. Ja, das hat uns eigentlich gekostet hier. Ja. Fast 3 Pokémon, die in der Sylve Co. Ja. Boah. Scheiß Box fühlte ich, ey. Aber ich habe ja noch viel Ersatz. Ja. Aber dazu habe ich jetzt inzwischen mehr Pokémon Alpha Totenbox als ich. Eins glaube ich. Weiß ich nicht. Ähm. Na, ich gucke mal, dann mag ich jetzt mitnehmen. Ja. Ich danke dir für die Rettung der Sylve Co. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz Gründen. Du es der Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Lack aussprechen? Beleb mal in Relaxe wieder, du Arsch. Nein, es ist tot. Ich bin reich. Ich könnte dir alles geben. Neues Relaxe. Eine Million Dollar. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Ne, ich würde das Geld nehmen. Man kann das nichts kaufen. Es ist der Strecke, ein Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit jedes Pokémon im ersten Versuch einfallen. Wir gehen doch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Dann muss ich an den Otto-Film denken. Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet. Danke. Deine Mutter. Ja. Lebenslange Haft oder, ähm, weiß ich nicht, äh, zu... Oder eine Geldstrafe in Höhe von eine Million Euro oder so. Oder, ne, war ja noch D-Mark zu der Zeit. Und dann sagt er nur so, dann nehm ich lieber das Geld. Oh. Aber ich muss sagen, mit Relaxe höre ich mich schon auf. Würde mich auch aufregen. Scheiße. Shit, fuck, fuck, shit, fuck, fuck, shit, fuck. Ach ja. Scheiße. Ja. Und so geht eine weitere Corporation ins Lande, zusammen mit zwei von Klaus' Pokémon. Halt die Schnauze. Ja, Leute. Sif Corporation wird geschafft. Jo. Mit etwas Überlänge in der letzten Folge. Aber da scheißt der feuchte Hund drauf. Ach, ne, der Hund scheißt da einen feuchten Haufen drauf oder so. Was? Irgendwie sowas. Irgendwas mit einem Hund und feucht. Was? Ja, okay, ähm. Wir sind von mir erstmal. Bis dann, Leute. Tschau. Tschüss.